Musik So, Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3, dem Spiel im postapokalyptischen Washington DC mit eurem Shithead Und wie ihr euch vielleicht erinnert, in der letzten Folge, ich wollte schon sagen, in der letzten Folge sind wir an der Bibliothek von Arlington angekommen Und wir haben da hinten, wie ihr jetzt hier auch sehen könnt, die Raider gesehen Und die würde ich jetzt gerne auf jeden Fall erstmal ins Jenseits schicken, bevor wir uns dann in die Bibliothek begeben Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo ist mein Präzisionsgewehr? Und die andere Frage ist, ob ich von hier aus überhaupt treffe What the fuck? Alter, hallo? Was bist du denn bitte für einer? Hauptsache der hatte Kartoffelchips dabei Okay, super Überraschungsmoment Das war ein Treffer Kopf verkrüppelt, sehr schön Und er sieht noch nicht mal, von wo es kam Ja, mein Freund Ist jetzt halt nur die Frage, ob ich wirklich treffe oder nicht Aber naja, okay Zur Not können wir uns auch einfach Oh, hallo Was haben wir denn hier? Eine 10mm Pistole und Pistolen und Patronen So, dann machen wir die Tür doch wieder zu Der junge Mann möchte bestimmt nicht gestört werden Ähm, ich wollte mir auch eigentlich mal beim letzten Mal die 10mm Maschinenpistole Legen wir uns mal auf die 4 So Jetzt gehen wir mal stürmen Ich frage mich nur, warum nur ein Söldner der Tailor & Company jetzt angekommen ist Weil normalerweise kommen die doch mit mehreren Da haben wir kurz den Raider gesehen Ah, den habe ich schon ganz schön angefragt So Ein Haufen Jukeboxen Die natürlich funktionieren Die ist leer, die ist auch leer Daneben Daneben Wie kommt man denn da rein? Ah, hier kommt man rein Minen Ist da nur ein Raider? Ja Hier sind ganz schön viele Fallen Irgendwelche komischen Haken, die von der Decke kommen Hier sind wirklich extrem viele Fallen Gut Wenigstens gibt uns das ein bisschen Erfahrung Da haben wir nur Cram Hier ist bestimmt auch wieder nur der Driss drin So War der jetzt ganz oben Wir gehen einfach mal weiter hoch Fuck you Okay Da ist er Ne War nur ein Geschützturm Was uns aber nicht davon abhalten wird Die ganze Scheiße hier erstmal zu looten Na los Na los So Die Jagdflinte nehmen wir uns mit Die nehmen wir uns natürlich auch mit Das könnte wieder ein kleiner Jackpot sein hier Nein Schwer Ach komm schon Ach Ach Mann Aha Meio Moment Aha Nehmen wir alles mit Boah Dietrich Fähigkeit ist auf 71% Und für den Schweren brauche ich 75 Ah ich hab's fast Jetzt spinnt der Mauszeiger hier wieder Ach Fallout Mann Tu doch einfach mal das was ich von dir verlange Weißt du was Leck mir die Nüsse Können wir Ha Ne brauchen wir auch nicht Auf jeden Fall scheint das hier so eine Art kleines Lager gewesen zu sein Hier haben wir noch Keine Ahnung was ich jetzt gerade aufgenommen habe Vorsicht Sind alle besiegt Sehr leicht Okay auf jeden Fall schon mal verdammt viele Drogen Jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken was ich da eben eingesammelt habe Hier Bier kann weg Das lesen wir mal Wodka kann auch weg Wir haben auch noch die Ameisenpheromone Das müssen wir dann Auch noch Erledigen Mal gucken ob wir das noch in der Session hier machen oder nicht Und jetzt möchte ich aber diesen Safe hier öffnen Es geht nicht Die ist einfach die ganze Zeit die falsche Richtung bei uns Ich meine Haarklammern gerade in Luft auflösen Ich will aber wissen was hier drin ist Wenn ich jetzt gehe dann vergesse ich den Safe wieder wie tausend Saves davor auch Na gut Es hat sich auf jeden Fall gelohnt Gut jetzt möchte ich nochmal wissen Was haben wir hier Alexandria Arms Oh Interessant Also man merkt glaube ich schon Hat man auch schon in den letzten Folgen gemerkt Dass diese Gegend hier Die habe ich noch nicht wirklich erforscht Also hier ist einiges neu für mich Was bist du denn für einer Vielleicht einen kleinen Schuss Etwas Jet Ich habe Jet Auch Psycho Sehen Sie mal Alles klar Mann Alles klar Hey können Sie mir Medikamente besorgen Na sieh mal einer an Aber der hat keine Korken Ja tschüss Lohnt sich nicht Lohnt sich nicht Ich möchte aber trotzdem mal hier reingucken Sieht auf jeden Fall schon mal sehr Radar mäßig aus Ich bin gehört worden Ja Der konnte den Satz noch nicht mal zu Ende sprechen Da war er schon tot Selber schuld Wenn er sich mit mir anlegt Und ich sehe gerade Meine 10mm Patronen gehen auch so langsam aber sicher Dem Ende entgegen Das ist irgendwie ein ganz seltsames Gebäude hier Vor allem weil es auch nicht danach aussieht Als würde es hier großartig was zu looten geben Ich bin überladen Was aber nicht so schlimm ist Weil wir so ein paar Sachen miteinander verbinden können Dann können wir die nämlich später auch damit reparieren Ich weiß gar nicht warum ich das Offiziersschwert noch mit habe Aber ich habe auch wieder verdammt viel Sachen zum Reparieren Na Moment Ich würde eigentlich den hier machen Warum habe ich einen Raketenwerfer dabei Der auch noch kaputt ist Na gut Aber jetzt haben wir wenigstens wieder so ein bisschen Platz Wer ist hier verängstigt Hä Bitch Wenigstens hast du eine 10mm Maschinenpistole für mich Das ist ein interessantes Gebäude Vor allem wieder ein Gebäude was ich nicht kenne Das ist mir auf jeden Fall gleich mal ein Speicherpunkt wert Hallo Und ob Und ob Fräulein Hat der sich da zum Schlag Ah ne Den habe ich Das Gute an den Raidern ist Dass sie wenigstens Maschinenpistolen für mich haben Damit ich wieder ein bisschen was zum Aufrüsten habe Das gefällt mir schon mal sehr gut Fleisch und Bohnen Fleisch und Bohnen Oh was haben wir hier Wow 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 Jetzt haben wir mal hier mit der Ruhe Fräulein Das sieht irgendwie danach aus Als würde ich Vielleicht unter Umständen Ähm Gleich wieder überladen sein Ich habe einfach zu viele Sachen dabei Na gut Das können wir überspringen Dann wollen wir uns doch mal wieder im Hacken beweisen Ähm Shooting Confront Studying Ich weiß noch nicht warum ich bei Shooting Wenn es schon nur einer richtig war Dann Studying genommen habe Naja das ist halt meine Logik Ähm Versuchen wir es mal mit Revolted Revolted Ähm Ähm Ein paar Bomben entfernen Nur ein paar So viele finden wir hier eh nicht So wie es gerade aussieht Revolted Revolted Resulted Revolted Okay Nein auch nicht jetzt verarschen das hacken das verschwendet immer die meiste zeit in meinen parts restet ach ich wollte gerade das böse wort mit f sagen und ich rede nicht von frau es musste ja irgendwas bombe entfernt wir werden erst mal ein paar bomben entfernt hoffentlich finde ich jetzt nicht nebenbei noch ein erlaubnis aufgefüllt aber ich glaube das geht auch erst wenn ich wirklich nur noch einen habe ich glaube vorher geht das dann gar nicht wenn ich mich nicht irre nur noch ein paar klammern finden und natürlich irgendwie einen ansatz dafür welches wort jetzt richtig sein könnte noch eine bombe weg okay wir gucken jetzt mal wir haben multiply multiple multiple so dann kann ja eigentlich im prinzip schon mal das hier nicht sein meetings ist es auch nicht auch toll multiple mystical ist es auch nicht verdammte scheiße wofür ist das überhaupt das ist bestimmt nur für die tür hier oder dann werde ich da jetzt einfach mal ganz gekonnt drauf verzichten dann ist mir das jetzt einfach mal egal ich heiße auf die erfahrungspunkte ich mache mich hier nicht weiterhin zum affen wenn ich die kacktür nicht aufkriege und räume ich war da gerade jemand nein dann räume ich hier lieber so alles auf mit teil kisten aber da läuft nichts so was haben wir denn hier noch feines aktenschrank mit nanuka und durch die tür werden nämlich nämlich nicht da rein gekommen ich glaube von hier sind wir gekommen oder was war das hier denn früher mal für ein gebäude vorkriegsklamotten braucht kein mensch ich weiß nicht so viel interessantes ist sie aber auch nicht ja gut die strahlenbelastung hat sich erhöht aber das ist ja nichts was wir nicht zu hause wieder beheben können so die tür da hinten die führt woanders hin oder vielleicht auch nur ins badezimmer nur ins badezimmer nur ins badezimmer hier ist wirklich nichts interessantes ja moin was los bei die da sind wir gekommen ich weiß gar nicht ging es jetzt nach unten weiter ich glaube oder ich muss ja sagen das sind mir irgendwie ein bisschen wenig raider hier nix was wir gebrauchen können was war das gerade deckung jetzt bin ich wegen einem buch überladen oder was leute ich sag's euch das wird mir irgendwie bestimmt noch zum verhängnis werden aber so lange ich noch reparieren kann ist eigentlich alles in ordnung aber das wird langsam auch knapp vielleicht können wir in arlington ja ein bisschen von dem zeug verkaufen weil wirklich viel reparieren können wir nicht mehr kleidung wie sieht das denn hier aus helm ist schon wieder im arsch wo er natürlich nicht hingehört gut haben wir wenigstens ein klein bisschen platz geschaffen was ist hier los ach so das war der raum hier unten hier bin ich gar nicht weiter gegangen oder na gut hier geht es auch nicht weiter na gut dann war es das auch schon wieder für dieses gebäude und ich glaube auch für diese folge na gut rausgehen können wir ja noch vielleicht sterben wir ja unterwegs noch kann man den vorlaut ja nie wissen hier haben wir noch postkästen und warte mal nach oben kommen wir doch wir kommen nach oben ich habe mich oben noch gar nicht umgesehen bei denen können wir nämlich nicht mehr benutzen hier ist zu war ich jetzt hier schon ja das ist der eine ja gut okay gut dann hat sich das erledigt ich verabschiede mich für diese folge und in der nächsten folge gehen wir dann wirklich mal in die bibliothek von arlington rein vielen dank für eure vielen Dank